Was sind schrumpfende Zahnfleisch? Schrumpfendes Zahnfleisch, auch als zurückgehendes Zahnfleisch bezeichnet, ist ein Zahnfleisch, das so aussieht, als würde es sich von den Zähnen lösen. Dies gibt den Anschein, dass die Zähne länger sind als sie sind, weil mehr Zahnschmelz sichtbar ist. Zahnfleischerkrankungen und zu hartes Zähneputzen sind zwei häufige Gründe dafür. Die meisten Betroffenen sind über 40 Jahre alt, aber Zahnfleischschwund kann in jedem Alter auftreten, insbesondere wenn die Zahnhygiene schlecht ist. Das frühe Stadium der Zahnfleischerkrankung ist als Gingivitis bekannt. Zahnfleischbluten sind oft das erste Anzeichen für ein Problem. Zahnfleischentzündungen sind am Anfang häufig, bevor das Zahnfleisch nachlässt. Zahnärzte warnen Patienten häufig, auf eine rosa Zahnbürste zu achten, was eine einfache Möglichkeit wäre, Blutungen beim Reinigen der Zähne zu erkennen. Blutungen können auch ein Zeichen dafür sein, dass jemand zu stark putzt und das Zahnfleisch beschädigt. Dies kann auch zu Zahnfleischschwund und einem ungesunden Mund führen. Gingivitis wird durch die Bakterien verursacht, die sich auf natürliche Weise im Mund bilden. Diese Bakterien bilden Plag, die beim ersten Auftreten weggebürstet werden können. Wenn es nicht durch gute Mundhygiene entfernt wird, härtet es zu Zahnsteinen aus, der normalerweise von einem Zahnarzt abgekratzt werden muss. Tata unterhalb der Zahnfleischlinie reizt das Zahnfleisch und führt dazu, dass es sich von den Zähnen entfernt. Zähne können besonders empfindlich auf heiße, kalte oder süße Speisen reagieren. Zahnfleischschmerzen sind ein weiteres häufiges Anzeichen dafür, dass möglicherweise ein Problem vorliegt. Wenn Gingivitis im frühesten Stadium nicht korrigiert wird, kann es zur Parodontitis kommen. Wenn dies auftritt, ist eine Zahnfleischrezession in der Regel viel sichtbarer wahrnehmbar. Manchmal wird der braune Zahnstein an der Zahnfleischlinie aufgrund von schrumpfendem Zahnfleisch sichtbar. Dieses Problem kann nicht nur unattraktiv sein, sondern auch die allgemeine Gesundheit einer Person beeinträchtigen. Schwindendes Zahnfleisch, besonders wenn es anfängt zu bluten, führt in der Regel zu einer Lockerung der Zähne. Dies liegt daran, dass der Zahnstein, der das Zahnfleisch reizt, auch zum Knochenverlust beiträgt. Die Zähne sind in den Kieferknochen verankert. Wenn eine Parodontitis vorliegt, kann dieser Knochen langsam verschwinden, sodass die Zähne weniger sicher werden. Dies führt häufig dazu, dass sich Zähne im Mund verschieben und schließlich herausfallen oder gezogen werden müssen. Andere weniger häufige Ursachen für schrumpfendes Zahnfleisch sind Faktoren wie erbliche Zahnprobleme, nächtliches Zusammenknirschen der Zähne, die Verwendung von Kautabak und Lippen- oder Zungenpierzings, die das Zahnfleisch reizen. Wenn diese Probleme behoben sind, kehren die schrumpfenden Kaugummis, wenn möglich, zu einem normalen, gesunden Zustand zurück. Eine ordnungsgemäße, sanfte Mundhygiene kann dazu beitragen, schrumpfendes Zahnfleisch durch aggressives Bürsten und Zahnfleischentzündungen zu verhindern. Gute Mundhygiene kann auch dazu beitragen, das Risiko von Erkrankungen wie Herzerkrankungen und Schlaganfällen zu verringern, da Parodontitis mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung dieser schwerwiegenden Erkrankungen in Verbindung gebracht wurde.